Uha! Na ja, das war jetzt klar. Oh fuck. Gut, also einfach sind die jetzt gerade so nicht. Komischer, dass ich fünf schaffe und drei nicht. So, machen wir jetzt einfach so lange, bis es hier komplett alles geklärt ist. Und dann holen wir den da oben aus. Ja. Ausgesetzt, die Falle ist aber schwierig. Oh. Nee. Oh. Oh. So. So. Dann so. 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 Dann mal alles einsammeln. Nein. Ballhose. Ja. Kommt noch runter. Alles klar. Hallo. Mann. So, einmal da rein. Spinni, 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 spinni. Nein. Äh, kommt die nicht runter? Hö. Hm. Na dann. Halte ich. Aber die dann. Hallo. Äh, wo war denn hier der scheiß Trigger nochmal, wo die dämlichen Dinge hier runterkommen? Hä? Komisch. Jetzt vielleicht? Ja. 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 Ich weiß, ob ich da erwischt habe. Ja, doch. Alles klar. Schöner Bolzen. Wow. Äh. Ja, mach auf. Oh. Weiß hier der Boss halt schon? Scheiße. Weiß hier jetzt nicht mehr. Ich glaube aber nein, oder? Na, was soll's? Probieren. Doch. Mua. Gott. Töte mich bitte. Danke. Nochmal. Hallo. Danke. Oh Gott. Das setzen wir jetzt. Laufen wir da rein. Hallo. Hi. Danke. Jupp. Da ist Bernhard. Äh, Bernhard. Action-Seil. Und natürlich. Büro in Erfordern. Natürlich geht ihr auch noch vorne stehen. Und eigentlich war die ganze Zeit jeder Mercedes-Tudel. Spam. Aber das wäre ja langweilig. So. Also mal fix alles clearn. Da die Fallen triggern. Mal los. Ach geil. Der löst sich selber die Falle aus und dann stirbt er auch noch dran. Vorsicht Stein. Ich hab sie gewarnt. So. Kommt der eine eh wieder runter. Jupp. Gut. So. Also wieder die anderen drei Peoples. Genau. So. Jetzt könnte ich eigentlich theoretisch schon... Ja doch. Holen wir den. Wieder zurück. Der müsste nämlich da in dem ersten Zelt gewesen sein. Na los. Äh. Kann man schon mal hier. Zack. Alles auch nochmal. Flöp. So. Ja. Eigentlich hier. Ne. Hä? Hm. Ist er da in dem Zelt? Kann doch fast nicht sein, oder? Okay. Was schießen da noch? Na, auf die Eber hier habe ich gar keinen Bock. Auch. Ach, da oben ist er. Na geht. Nein. 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 Nicht gut. Nein, 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 nein. Boah. So. Nein. Ich dachte, er wäre hier. Hm. Und. Können wir gleich eins einfach feststellen. Ausbeziehen dich und holen. Ausbeziehen dich. Das ist doch. Mai So Nehmen wir den da oben auch noch Gut Okay Von unten irgendwo Hm Na egal Mach es erstmal das hier So also hier ist nichts Hier Nein Hm Nein Tja Mir hat's ehrlich Gibt's ja hier nicht Hä Na nü Außer der noch Aber hier ist auch nichts Hm Das ist ja jetzt komisch Na laufe ich einfach mal weiter Weil ich sehr zufällig war Ich sitze mittlerweile direkt vor dem Boss Oder so Kein Plan Oder ich hab den Ogi hier vergessen Irgendwo anzulabern Wenn den natürlich so sein sollte Werde ich es noch nachholen Klar Ja 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 Das ist ja Auf jeden Fall ist hier bis jetzt hier schon mal nichts. Bevor ich mich da jetzt ein abkloppelte, das will ich jetzt echt mal wissen. So toll ist der nicht, aber ich denke hier ist der besser. Hier haben wir schon mal nichts. Ah ok. Toll. Hätte ich mir aufgeführt, dass wir die ja eh instant sterben, wenn man sie trifft. Auch sparen können. Also hier ist schon mal nichts. Letzte Chance hier drin. Dann habe ich den mal irgendwo vergessen anzulabern. Oder sowas. Weil es ist ja hier alles klar, der muss ja hier irgendwo gewesen sein. Wenn dann. Äh. Wo ich den nochmal finde. Zu allerost. Ah. Moment. War der nicht an so einer Erinnerungsding da an so einem Baum? Das erste Mal. Hä? Dass ich da aus hier noch leben würde. Ja hier ist definitiv nichts. Außer die Nachricht. Danke dir ganz. Jetzt. Und den drin sollten wir mal auch drin. Ja. Nö. Dann machen wir es jetzt einfach so. Ich gehe nochmal zurück in die Stadt. Und. Ja. Bin ja eh schon wieder an der Zeit dran. Gucke ich nochmal nach. Äh. Wo das war. Und dann. Sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich euch was. Na schönen Abend noch. Haut rein. Servus und ciao.